Hallo Leute! Hey Guys! Heute mache ich noch ein Video und heute spiele ich Roblox Adopt Me! Und bitte like, subscribe und leave a comment down below, weil dann kannst du... Denn dann kannst du ein Shadow Dragon und ein Zombie Buffalo gewinnen und ja, so kannst du eins gewinnen, wenn du willst. Aber dafür müsst du like, subscribe und leave a comment down below. Okay. Dann. Hmm. Warte mal. Füder mal. Füder. Füder für mein Zombie. Hallo? Okay, du kannst meinen Drachen sehen. Das ist okay. Du kannst es sehen. Ja. Hier! Mein Drachen! Du hast es noch nicht gesehen! Mein Drachen! Zumindest bin ich schneller als du. Ach, du willst die Ghost Catchen... äh... Die Ghost Catchen fangen. Hier! Da ist mein Drachen! Wo gehst du hin? Äh, hallo? Wo? In der Kita? Nein! Okay! Hehehehe! Okay, ich pack dich wieder in dein pinkes Bett! Warte mal! Ah! Mein Drachen ist... Stopp! Ja, was willst du? Was willst du? Was willst du? Sag's mir! Ja! Ehh... Mh... Nr.... du likst, subscribe und lieber comment down below dann kriegst du dann kannst du ein Drachen gewinnen ein Shadow Dragon kannst du gewinnen und du kannst ein Zombie Buffalo gewinnen ok 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 das ist ok ich glaube du hast es verstanden ok was kann mein Drache machen ok es sieht das noch hallo 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 du hast dein Tier vergessen du hast dein Tier vergessen warte mal wo binst du du hast dein Tier vergessen du hast dein Tier vergessen der ist in der Schule hallo der ist in der Schule ok das ist ok warte wo ist mir jetzt mein Drachen ach der lernt nicht ok so ok wo ist ähm ahhh 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 ich schwöre dich hier smuscht Drachen wo bin ah da bin ich so was hast du gelernt wow wow das ist cool komm wir gehen jetzt so wo ist die kleine Mädchen so wo ist die kleine Mädchen sie ist süß ha 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 ähm ähm ich hab sie verloren wo ist sie ähm hallo hallo äh ok kannst du es machen warte vielleicht ist sie in mein Haus 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 ähm vielleicht ist sie in ihrem Haus warte mal vielleicht wenn ich fliege na ist nicht so lang weg oh da ist sie ich hab sie gewonnen hallo 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 ja was willst du hallo ähm ok ich kann nicht sagen nein das geht nicht oh sie ist so süß du musst mir äh du musst mir erst subscribe like und comment comment down below machen wenn du willst den shadow dragon oh bye tschüss so das ist alles was ich hab für heute bitte like subscribe und liebe comment down below weil dann kannst du ein shadow dragon you can win shadow dragon and you can win a zombie buffalo du kannst einen shadow dragon gewinnen und du kannst ein zombie buffalo gewinnen tschüss 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 tschüss